Und das ist die heutige Thema. Ihr könnt es hören oder ihr geht nach unten? Ihr geht nach unten? Gehen wir nach unten. Schöne Leute waren hier auf der Bühne. Ehre sei dem Herrn. Und unser Thema handelt wirklich um Belohnung. Eigentlich haben wir eine neue Predigt-Serie. Hörendes Beten. Betendes Nachdenken. Das klingt so schön. Betendes Nachdenken. Und ich sehe ein großes Defizit in diesen beiden Sachen im Volk Gottes. Wir denken zu wenig. Wir denken zu wenig nach. Und beten zu wenig. Und noch weniger. Beten wir nachdenklich. Und das ist genau das, was unsere Qualität des Lebens auf eine neue Ebene erhebt. Das ist unser Schutzschild vor falschen Entscheidungen. Das ist das, was uns aus Hektik und Chaos herausführt. Deshalb werden wir lernen zu beten und nachzudenken gleichzeitig. Rечь nicht darum, dass wir beten und dann nachdenken. Oder nachdenken und dann beten. Aber dass wir das gleichzeitig tun können. Wir können beten und dann nachdenken, aber darum geht es nicht. Man muss nachdenken können während des Gebetes. Und beten können während des Nachdenkens. Das wird die nächsten Sonntage unsere Aufgabe sein. Denn das Gebet ohne nachzudenken ist hektik. Und das Nachdenken ohne Gebet auch. Hektik. Sag hektik. Und diese Woche des Fastens, das Gebet, ist eine großartige Zeit, um das zu lernen. Давай озвучим, зачем diese Woche gut ist. Erstens, zu lernen, zu beten und nachzudenken. Wie wir fasten, darüber haben wir am Freitag schon nachgedacht. Welche Formen des Fastens es gibt. Und deswegen siehst du, wie wichtig es ist, in den kleinen Gruppen zu sein. Ohne so eine Gruppe verpasst der Mensch sein Segen. Und wenn wir in den kleinen Gruppen sind, dann wiederholen wir nicht das Thema von Sonntag. Aber diese Thema vervollständigt das Sonntagsthema. Deshalb gibt es immer eine neue Dose, eine Offenbarung. Und Segen. Und wir starten diese Woche, entweder heute Abend oder morgen früh. Wie du das möchtest. Heute Abend kannst du dich noch auf deine Waage stellen. Und der Wahrheit ins Auge blicken. Schau dir die Zahl an. Merke sie dir. Wenn sie dir nicht gefällt, dann kannst du auf dieser Waage beten. Nimm deine geistliche Autorität zusammen. Und sag dieser Zahl, ich werde dich nicht mehr wiedersehen. Ich werde in sieben Tagen eine andere Zahl sehen. Aber bitte verfluche deine Waage nicht. Sie kann nichts dafür. Sei nicht beleidigt auf die Wahrheit. Die Wahrheit liegt darin, dass wir Menschen die Wahrheit nicht ganz so gern haben. Und deswegen stellen sich viele von uns nicht auf die Waage. Aber tu das für dich selbst. Du musst diese Zahl nicht auf Instagram rausstellen. Du musst keine öffentliche Challenge daraus machen. Mach dir die Challenge selbst. Und wenn du fassen wirst, wirst du noch eine Wahrheit erfahren. Wen du mehr liebst. Sвой живот. Deinen Bauch. Oder dich selbst. Ich dachte, mein Bauch bin ich. Nein. Du bist viel höher und mehr als dein Bauch. Wir sind viel höher und größer als unsere Bäuche. Wir haben da noch so viele andere Organe. Ich spreche gar nicht von unserem Geist. Und diese Organe werden sich diese Woche freuen. Denn der Bauch ist für sie oftmals der größte Feind. Und ich glaube, wenn sie sich versammeln könnten, würden sie deinen Bauch ordentlich verprügeln. Denn er quält sie jeden Tag. Amen. Wenn wir unseren Appetit nicht zügeln können, dann wird unser Bauch zum Feind. Für den ganzen Körper. Und übermäßig essen ist eine Sünde am eigenen Leib. Amen. Dein Bauch kann zu deinem Feind werden. Und ein aufmerksamer Mensch hört die Stimme seines Körpers. Er hört die Stimme seines Körpers. Er kann seinen Appetit zügeln. Und alle aufmerksamen Menschen können dies tun. Sie tun sämtliche Diäten. Wäre Intervallfasten. Aber ein geistlicher Mensch sieht ein wenig mehr. Er sieht noch die geistliche Welt. Und Paulus sagt, es gibt Menschen, bei denen Gott der Leib ist. Ihr Gott, sagt er, ist ihr Bauch. Und sie denken über das Irdische nach. Das ist ein geistlicher Fakt. Und ein geistlicher Mensch lässt es nicht zu, dass sein Bauch zu seinem Verstand wird. Er achtet immer darauf, dass der Kopf das Recht behält über den Bauch. Unser Bauch darf nicht unser Kopf werden. Stell dir vor, wenn du anstatt einem Kopf einen Bauch hättest. Wenn du hier einen Bauch hättest. Und hier den Kopf. Gott bewahre. Amen. Aber Gott vermisst das животe unter der Kopf. Gott setzt dir den Bauch unter den Kopf. Und darin liegt auch ein großer Sinn. Er schafft Prioritäten. Auf diese Art und Weise. Und wenn alles an seinem Platz ist. Dann ist alles schön. Alles ist würdig. Und auch gesund für den Menschen. Aber wenn Menschen diese Ordnung zerstören. Wenn der Bauch dich kontrolliert. Dann ist es moralisch nicht anzusehen. Amen. Und wir wollen in dieser Fastenwoche die Prioritäten neu ausrichten. Sie prüfen. Und dann wirst du diese Priorität in deinem Leben tun. Wofür ist diese Woche noch? Wir lernen zu beten und nachzudenken. Zweitens. Wir lernen, die Prioritäten richtig zu beten. Wofür ist die Woche noch gut? Um Buße zu tun. Die Bibel verbindet ganz oft Fasten mit Buße. Und du kannst sagen, in was soll ich Buße tun? Mach dir keine Sorgen. Wenn du anfängst, nachzudenken und zu fasten, wirst du gleich verstehen. Vielleicht sogar in deinem übermäßigen Essen. Ist das eine Sünde? Ja. Das ist eine große Sünde. Vor allem an deinem eigenen Leib. Und wenn jemand zum Ende des Jahres alles Mögliche sich hineingestopft hat. Salate mit Fisch. Fisch ohne Mayonnaise. Und Olivier. Und alles andere, was so lecker war. Wir haben damit vor allem unseren Organen geschadet. Und dein Leib hat gelitten. Und der Einzige, der gewonnen hat, war die Kloschüssel. Und du kannst sagen, mein Körper, und ich kann essen, was ich will. Nein, wenn du Christ bist, hast du keine Macht über deinen Körper. Dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Weißt du, Versuchung ist nicht immer, wenn der Satan zu dir sagt, entsage dich von Jesus. Nicht alles ist immer so geistlich. Versuchung ist, wenn du zu einem chinesischen Buffet kommst. Wo alles eingeschaltet ist. Und die Versuchung liegt nicht daran, dass wir immer so geistig denken. Aber es beginnt oftmals genau dort. Wenn deine Augen einfach davonlaufen. Und sie begehren. Помнишь, ja? Vajdelela. Eva vajdelela frukt. Erinnert ihr euch, die Eva begehrte diese Frucht. Und ein kluger Mensch sagt zu sich selbst. Ich bin der Kommandant. Ich bin der Kommandant über meinem Bauch. Und so ein Mensch wählt seine Gerichte aufmerksam aus. Er versteht, was miteinander sich gut verträgt. In welcher Menge man dies nehmen soll. Und dann sind in seinem Körper alle glücklich. Nicht nur der Magen. Sondern auch die Leber, die Galle. Und wenn du deine Kraft, deine Willenskraft prüfen willst. Geh zu so einem Buffet. Geh in ein Restaurant. Und wenn du den Gedanken bekommst. Ich habe 30 Euro bezahlt. Also muss ich für mindestens 50 Euro essen. Dann bleib stehen, mein Freund. Das ist eine Versuchung. Amen. Eine Versuchung vom Bösen. Wenn du für 50, statt für 30 Euro isst. Wird dein Glück nicht langwierig sein. Und dein Körper wird dir sagen. Mein Freund. Ich bin mit dir nicht mehr befreundet. Mindestens den halben Tag. Und er wird dich bestrafen. Er wird dich auf die Klostüsse setzen. уважать свое тело. Deswegen lass uns Respekt haben vor unserem Körper. Nicht nur unsere Seele und unseren Geist. Об этом мы говорим много. Darüber reden wir viel, aber über den Leib wenig. Aber уважай свое тело. Ehre deinen Körper. Denn der Herr gab ihn dir. Und er ehrt ihn, denn er sagt, das ist dein Tempel. Amen. Amen. Betet für so eine Session. Ich denke, ihr braucht das. Ja, ich sage, entschuldigt für diesen Unterricht. Aber ich glaube, der Herr wollte, dass ich das nach diesem neuen Jahr sage. Amen. Unser Thema ist hohes Risiko, hoher Lohn. Und wir wollen im Gebet nachdenken, wie das Risiko mit dem Lohn zusammenhängt. Wofür Lohn? Was ist das überhaupt? Welches Risiko ist gerechtfertigt, welches nicht? Wie bekommt man einen hohen Lohn? Letzten Sonntag dachten wir über die Portemonnaies der Zeit nach. Erinnert ihr euch? Es gibt Menschen, die ihr Portemonnaie vom Balkon her auslernen. Auf die vorübergehenden. Was die vorübergehenden sind, haben wir auch aufgezählt. Und wir haben auch darüber nachgesinnt, warum die Indianer ihr Gold eintauschten gegen Glasperl. Wir haben darüber nachgedacht, wer die Indianer heute sind und wer die Spanier sind. Und wir dachten darüber nach, wie man sein Kapital nicht verschwendet. Wir schätzen unser Kapital. Dieses Kapital des Lebens. Vremени. Der Zeit. Und der Aufmerksamkeit. Wir berücksichtigen unsere Aufmerksamkeit. Wir schätzen unsere Aufmerksamkeit. Wir schmeißen unsere Aufmerksamkeit nicht nach links und rechts. Wir fokussieren es bewusst. Dorthin, wo wir etwas bekommen können. Wir öffnen unser Portemonnaie der Zeit. Nicht für alle Vorübergehenden. Sondern nur für die, die uns wirklich lieben. Erstens. Und vor allem auch für diejenigen, die uns etwas zurückgeben können. Und die Zugabe kann sehr verschieden sein. Dividenden sind sehr unterschiedlich. Und die höchsten Zinsen in der finanziellen Welt sind da, wo das Risiko ist und wo Geduld gebraucht wird. Nur diese zwei Sphären. Ein geringes Risiko gibt einen kleinen Lohn. Ein hohes Risiko, ein hohen Lohn. Kurzweiliges gibt nur einen kleinen Verdienst. Und langwieriges gibt einen hohen Lohn. Und dieses Prinzip funktioniert auch in der geistlichen Sphäre. In Bezug auf Gott. Und das begeistert mich. Denn im Reich Gottes ist alles logisch. Und mich inspirieren immer logische, einfache Dinge. Es wäre sehr seltsam, wenn es im Reich Gottes anders wäre. Ein niedriges Risiko und ein hoher Lohn. Das ist doch Blödsinn. Ich würde da nie drauf eingehen. Ich brauche so ein Glück nicht. Aber wenn es ein hohes Risiko und ein hoher Lohn ist, das gefällt mir. Das ist interessant. Und wenn langwieriges mehr gibt als kurzweiliges, dann ist es klasse. Das ist logisch. Und das ist verständlich. Und das Wirken des Reiches Gottes ist logisch. Viel logischer, als viele Christen denken. Mark 10, 28. Und начал Piotr говорить ему, Da begann Petrus und sprach zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Matthäus fügt hier eine Frage hinzu, Was bekommen wir? Petrus fragt hier Jesus, Was bekommen wir? Mir gefällt Petrus. Der ist so direkt. Und er fragt, ohne lang drum herum herumzureden, nach dem Lohn. Er denkt ganz logisch. Er sagt, ich war Fischer. Als ich Fisch wollte, musste ich so gut wie nachts noch aufstehen. Und ich fuhr hinaus auf die See. Ich wusste nicht, ob ich mit Lohn zurückkomme oder nicht. Und so frage ich dich, Jesus. Wenn ich dies tun werde, was bekomme ich? Und das gefällt mir. Und auch Jesus gefiel das. Sehr ehrlich. Und echt toll. Die Frage über den Lohn ist eine Gesetzesfrage. Und es ist nichts Peinliches daran, Lohn bekommen zu wollen. Amen? Wenn du zur Arbeit gehst, dann sagst du doch auch nicht am Ende des Monats, ich brauche keinen Lohn, alles gut. Dieses Thema Lohn ist sehr wichtig. Und der Lohn im Himmel ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das Thema Lohn war schon immer wichtig. Vor allem bei den ersten Christen. Sie waren sehr fixiert auf dieses Thema. Und sie waren wirklich brennende Jungs. Und die heutigen Christen denken auch ständig über den Lohn nach. Normale Christen. Goriachie Christen. Brennende Christen. Aber es gibt viele Christen, die interessiert es gar nicht. Und sie rechtfertigen das mit so einer Pseudo-Geistlichkeit. Wenn sie sagen, nein, ich mache das doch nicht für den Lohn. Nein, nicht für den Lohn. Und dieses Thema Lohn rückt in die hinteren Reihen. Weil diese Christen eigentlich verstehen, dass sie dort nicht viel bekommen werden. Denn so wie sie leben, werden sie dort nicht viel bekommen. Und deswegen rückt dieses Thema in die hinteren Reihen. Gott sei Dank denken nicht alle so. Es gibt viele, die den Sinn ihres Dienstes hier, den Lohn im Himmel sehen. Und das sind brennende Leute. Und das sind weise Leute. Weise. Denn sie verstehen, dass dieses Leben hier ein einfacher Traum ist. Und es geht vorbei wie ein Traum, dieses Leben. Sie verstehen, dass dieses Leben vorbei fliegt. Und da beginnt das neue, wahre Leben. Beständiges Leben. Beständiges Leben. Ewiges Leben. Und der Lohn dort hängt vom Leben hier ab. Und das verändert den Blick komplett. Der Lohn besteht nicht darin, ob du ein kleines Häuschen oder eine Villa dort haben wirst. Das ist ein Beispiel für Kinder. Wir Erwachsenen sollten das tiefgehend verstehen. Der Lohn wird sehr unterschiedlich sein. Und die Ebenen des Lohnes werden auch unterschiedlich sein. Die verschiedenen Möglichkeiten werden unterschiedlich sein. Und es scheint so, als würde es eingefroren werden, wenn du dorthin gelangst. Du gelangst dorthin. Bekommst deinen Status. Sвой уровень. Deine Ebene. Und es wird eingefroren für die Ewigkeit. Verstehst du, wie wichtig ist, was ich hier tue? Darin liegt die Essenz, dass mein Leben auf der Erde mein Status im Himmel festliegt. Und in der Offenbarung spricht Gott zu den sieben Gemeinden. Er spricht zu jedem über den Lohn. Sehr interessant. Denn der Lohn ist bei jedem unterschiedlich. Wenn du die ersten drei Kapitel der Offenbarung liest, verstehst du, dass dieses Thema Lohn für Jesus sehr wichtig ist. Nicht nur für die Christen. Für Jesus. Denn er hebt dieses Thema hervor. Und eine Gemeinde warnte, er verliert euren Siegeskranz nicht. Verliere deine Belohnung nicht. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Wenn ich meinen Lohn verlieren werde. Dieses Thema Lohn war sehr wichtig für Apostel Paulus. So wichtig, dass er sich darüber immer Gedanken machte. In 1. Korinther 9.18 haben die Teens auch gelesen. Was ist denn nun mein Lohn? Für Apostel Paulus. Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium um Christus kostenfrei darbiete, sodass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Er wollte das maximale, die maximalen Lohn aus seinem Dienst heraus holen. Deswegen wollte er aus eigener Kraft heraus leben. Er stellte Zelte her mit seinen eigenen Händen. Obwohl er als Missionar das Recht hatte, versorgt zu werden. Durch seinen Dienst. Wie alle anderen Menschen auch. Du tust etwas und bekommst Lohn. Stell dir vor, Missionare haben auch einen Magen. Und auch ihre Kinder. Sie müssen alle essen. Und Paulus sagt, ich werde mit meinen eigenen Händen arbeiten. Und damit werde ich meinen Lohn noch größer machen. Halleluja! Wir werden heute Missionare segnen. Ich bin froh über die ersten Missionare in unserer Gemeinde. Es wird so eine kurze Missionarsreise sein. Aber das ist unsere Möglichkeit. Unser Beitrag, den wir nach Brasilien geben. Amen! Florence Aydin waren dort noch nie. Ich war dort noch nie. Und eigentlich wirkt diese Idee wie ein totaler Schwachsinn. Ich bin einverstanden. Das ist fast unmöglich. Die halbe Welt zu durchqueren. Dort, wo du noch nie warst. und du wirst ein Kind bei dir haben. Im Bauch noch ein Kind. Das wirkt wie unmöglich. Aber ich weiß, dass alles gut sein wird. Nicht, weil ich dort sein werde. Ich werde dort nur die erste Zeit sein. Ich werde am Anfang da sein, um ein wenig zu helfen. Zum Starten. Denn weil der Herr dort ist. Und weil es wie unmöglich aussieht, daran wollen wir uns nicht gewöhnen. Daran wollen wir uns gewöhnen, denn alles Vorherige schien ja auch unmöglich. Auch das schien unmöglich. In den 90er Jahren fuhren wir mit Lena nach Russland als Missionare. Stell dir vor, wir hatten schon zwei Kinder. Elena war schwanger. Hochschwanger. Und wir fahren im Winter im Auto 3000 Kilometer. Ich denke, das schien unmöglich. Das habe ich begriffen, als ich mit dem gleichen Auto die gleiche Route wieder zurückfuhr. Auch im Winter. Und ich kam in einen Schneesturm. Das war eine Sache. Alle Autos blieben stehen. Und die halbe Nacht saßen wir fest. Und glücklich war derjenige, der noch Benzin hatte. Denn man hätte auch einfrieren können. Und ich begriff da die Gnade Gottes, als wir mit zwei Kindern, schwanger, 3000 Kilometer fuhren. Das war verrückt. Deswegen bekommst du das als Erbe. Sie werden für ihr eigenes Geld dorthin fliegen. sie mieten auf eigene Kosten. Sie werden leben auf eigene Kosten. Und Paulus hat entschieden, ich werde auf eigene Kosten leben. Und dabei noch der Gemeinde dienen. Und damit erhöhe ich meinen Lohn. Schau, wie der Mensch sich nach dem Lohn im Himmel sehnte. Er sagt in Philipper 3,4,10, er sagt in Philipper 3,4,10, ich sehne mich zum Ziel hin Ich jage auf das Ziel zu, den Kampf der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich jage auf das Ziel zu, den Kampf der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Jelate Slaven in der Erde ist ein sehr достойное Ehre im Himmel zu bekommen ist so ein würdiger Wunsch. Jelate Slaven auf der Erde ist ein stüdiger Wunsch. Ehre auf der Erde zu bekommen ist eigentlich ein peinlicher Wunsch. Obwohl das eigentlich jeder für sich selbst entscheiden sollte. Aber dem Lohn im Himmel nachzujagen Schaut, was Jesus Petrus antwortet. Zurück zu Markus 10 Versen 29 Jesus aber antwortete und sprach wahrlich ich sage euch es ist niemand der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker Verlassener und um meinetwillen und um das Evangelium der nicht hundertfältig empfängt jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Jesus sagt nicht Petrus du bist echt dreist ist es dir zu wenig dass ich dich auserwählt habe dass ich dich zum Apostel ernannt habe warum fragst du was bekomme ich Jesus freute sich und er fand diese Frage gerechtfertigt bevor wir unser Leben und unsere Zeit in etwas investieren sollten wir wissen was wir bekommen das ist eine gute Frage und noch besser ist es wenn wir beständig darüber nachdenken und die Zugabe prüfen von dem Investieren unseres Lebens du investierst dich in etwas hinein und dann prüfe gleich welche Zugabe bekommst du du hast heute Morgen deine Zeit investiert prüfe ganz einfach dein Handy wie viel Zeit du in Social Media investiert hast und dann überlege was du daraus bekommen hast welcher Sinn lag in all dem und dann kannst du schon bewusst deine Investition prüfen und in der Beziehung zwischen Menschen funktioniert dieses gleiche Prinzip nicht nur in Sachen Social Media lebendige Menschen betrifft es genauso kurzweilige Beziehungen geben einen kleinen Lohn eine kleine Zugabe was meine ich mit Zugabe etwas was du bekommst langwierige Beziehungen geben viel zurück eine hohe Zugabe denk darüber nach was Gott betrifft kleines Risiko kleiner Lohn hohes Risiko hoher Lohn der Lohn von Gott bekommst du fürs Risiko und für die Geduld die Art des Risikos und der Geduld die schafft dein Lohn bei Gott der Glaube ist Risiko immer Glaube ist fähig dorthin zu gehen wo es nicht ganz so gemütlich ist und dieses Risiko ist gerechtfertigt Petrus wusste es ist schon geprüft wenn er aus diesem Boot steigt dass er mit Jesus geht er stieg aus dem Boot aus und er wusste dass dieses Risiko wirklich gerechtfertigt ist als Maria das Wort vom Engel empfang wusste sie dass dieses Risiko gerechtfertigt ist sie hatte dieses Risiko gesternig zu werden aber sie nahm dieses Wort von Gott an weil sie wusste dieses Risiko ist gerechtfertigt und sie verstand auch über ihren Lohn sie verstand schon damals über ihren Lohn woher weiß ich das wenn du Lukas 2 weiterliest sagt sie Jesus ist noch in ihrem Mutterleib und sie sagt glückselig wird man mich Mutter aller Nationen nennen alle Generationen werden mich nennen als glückselig glücklich sie wusste über ihren Lohn weißt du wenn du ein Risiko eingehst dann musst du wissen wozu es ist keine Sünde über den Lohn nachzudenken umgekehrt das ist nötig und normale Menschen tun das es ist dumm nicht über seinen Lohn zu wissen Jesus unterstreicht wer in mich investiert in mich also in mein Werk für mich und mein Reich die die dies tun die werden ihren Lohn nicht verlieren also er gibt eine Garantie sagt das was du investierst bekommst du zurück das ist hundertprozentig und du wirst noch eine Zugabe bekommen und diese Ziffer nennt er hundertfach die Zinsen hundertfach zu bekommen ist echt toll Halleluja Amen Amen Welches Werk von Jesus kennen wir Jesus hat ein Werk auf dieser Erde sein Werk Nummer 1 er hat viele aber ein wichtigstes Nummer 1 er sagt ich werde schaffen die Gemeinde ich werde meine Gemeinde erschaffen das ist sein Werk Nummer 1 wenn ich mich in sein Werk investiere in die Gemeinde dann investiere ich in etwas Richtiges und ich werde auf jeden Fall meine Zugabe erhalten und es gibt eine Garantie dafür er sagt die Tore der Hölle die Tore der Hölle werden dich nie ergreifen können das Werk Jesu bekam eine Garantie alle diese Kräfte der Hölle sie können der Gemeinde nichts antun Halleluja meine Investitionen in dieses Werk werden nicht verbrennen sie werden nicht verloren gehen das ist eine Garantie und das ist echt toll denn viele Menschen investieren heute in Firmen das ist ein Risiko denn jede Firma kann zugrunde gehen es kann zugrunde gehen und wird es auf jeden Fall es gibt keine Firma auf der Erde die über 500 Jahre existiert zum Beispiel gibt es einfach keine Einzige und Jesu Gemeinde besteht über 2000 Jahre das ist seine Firma Halleluja es ist sehr weise in die Gemeinde zu investieren wenn dein Chef Gott höchstpersönlich ist diese Firma hat so viele Filialen wie nirgends anders auf der ganzen Welt Halleluja Halleluja danke dir Herr und als er über diesen Dienst des Missionars gesprochen hat Jesus zeichnet er das als Risikozone aus ja es ist eine Risikozone aber Jesus gab uns im Vorfeld den Einblick für den Lohn und deswegen liebe ich das Missionieren ich liebe allgemein Challenges mir gefällt das aber wenn du als Bonus auch noch Lohn bekommst dann ist es ein toller Bonus wenn der Herr dir bereits hier auf Erden einen Bonus garantiert und in Ewigkeit das ist ein doppelter Bonus lasst uns beten danke dir Herr dass du so großartig bist du garantierst uns Lohn denen die dir dienen und deinem Reich für dich und für das Evangelium ihr Leben erbauen mit diesem Blick auf den Himmel für diese Perspektive die uns andere Dinge auf dieser Erde nicht geben können dein Werk gibt uns die höchste Perspektive die beste Garantie und hohe Zugaben Ehre sei dir Herr was wäre irdischer Lohn der Sinn von irdischem Lohn ist sehr unterschiedlich sehr unterschiedlich meine Eltern hatten hohe Risiken in ihrem Leben sie dienten ihr ganzes Leben lang dem Herrn und ihr Lohn auf Erden war um die 50 Enkel und noch viele Urenkel und fast 90 Jahre Leben und bis zuletzt waren sie im Dienst und bei vollem Bewusstsein ich sprach kürzlich mit Waldemar Sardatschuk das ist der Präsident der Mission AVC er gründete sie vor 52 Jahren jetzt ist er bereits 88 er übergab diese Mission aber fährt immer noch aktiv auf der ganzen Welt umher und erzählte mir ich war dort und hier im letzten Jahr und ich fragte ihn was für Pläne hast du er sagt ich möchte noch da und da und da hin wieder nach Afrika dann in die USA 88 Jahre stell dir vor viele Menschen sind einfach nur glücklich wenn sie es überhaupt schaffen bis zu diesem Jahr wenn du mit 88 aber noch Pläne hast und er sagt ich plane noch 12 Jahre vor was ich werde noch 12 Jahre lang jährlich zu Konferenzen eingeladen also ihr seht hohes Risiko bringt hohen Lohn mit sich nicht immer sind es Lebensjahre es gibt auch anderen Lohn sehr sehr unterschiedlich sehr unterschiedlich aber es gibt ihn und er ist offensichtlich für jeden das ist keine Fata Morgana das ist etwas was ich nehme und fühlen kann was das irdische Leben betrifft was aber das andere betrifft ist Glaube mein Glaube der diesen Lohn sieht und über diesen Lohn weiß Amen Lasst uns aufstehen ich lade Florence und Aydin nach vorne ein wir wollen sie segnen unsere Brathe Diakone проходите тоже вперед unsere Diakone kommt auch nach vorne wir wollen als Gemeinde beten für diese Missionarsreise seid ihr bereit lasst uns unsere Hände ausstrecken korsbarer Herr danke dir dass du Horizonte öffnest die wir noch nicht kennen die wir bis zu Ende nicht ganz verstehen im Leben und dieses Wort öffnet heute Horizonte ich danke dir für Florence und Aydin für ihren Mut aus der Komfortzone herauszugehen in ein risikoreiches Leben ich danke für diesen Durchbruch und diese Missionsreise soll ihnen deine Perspektive öffnen singen von Anfang bis zum Ende ich danke dir für deinen Schutz über ihr Leben ihre Gesundheit und all dem was sie haben in deinem Namen danke dir Herr dass du mit ihnen sein wirst wir als dein Volk segnen sie beten für sie wir werden uns an sie erinnern während dieser Zeit und werden uns freuen sie wiederzusehen wenn sie gesund zurückkehren und dich noch mehr lieben werden Amen im Namen Jesu haben wir gebetet alle sagen Amen Lass uns Gott große Ehre geben Du bist der beste Herr danke dir wir lieben den Herrn Amen wir lieben den Herrn wir starten diese Woche mit Fast und Gebet und diese Woche soll einfach eine Möglichkeit für dich sein prüfe diese Dinge ich lade dich zu dieser Challenge ein das ist eine tolle Sache fast so viel wie du kannst mach das nicht aus Druck heraus aber versuche dein Fleisch trotzdem zu zügeln zu besiegen und zu begreifen wer der Kopf in deinem Leben ist Amen bist du hier wir nehmen diese Challenge an ja Lass uns dafür beten Herr danke für diese sieben Tage wo wir lernen unser Fleisch zu kontrollieren lernen zu beten und nachzudenken und lernen Buße zu tun prioritäten im Leben zu prüfen und alles im Balance zu halten in unserem Leben damit der Geist auf dem ersten Platz steht und dann die Seele und dann erst der Leib und dass auch alles im Leib harmonisch ist im Namen Jesu Christi haben wir gebetet und alle sagen Amen Halleluja Gehehre Gehehre ... ... ... Vielen Dank.